Das sieht Hussaro, weil ich sie auch persönlich sehr gut kenne und auch sehr schätze, würde ich einfach eine Medaille gönnen. So, ihr zweiter Auftritt bei uns. Joni Ecoyi aus der Schweiz. Die gefällt mir auch. Ja. Die hat irgendwas sogar spritziges, so kindliches an sich, aber sehr schön. Weißt du auch, woher die Musik ist? Du fängst an gemeint zu werden. Tja, die Musik ist von Riverdance. Die Musik hatte auch schon eine ehemalige, sehr gute bulgarische Gymnastin, die Alexandra Theodora Alexandrova. Die war auch eine sehr, sehr gute Gymnastin. Die war nicht beweglich, aber die hatte eine sehr gute Technik, wie in Geräten, so auch in Pirouetten. Und dafür ist sie auch bekannt geworden. Und das war ein absolutes Erlebnis. Ich erinnere mich, was ich hätte eigentlich wissen müssen, denn ich liebe Riverdance. Ja. Ja. Ich erinnere mich.